Wir schreiben das Jahr 2038. Flo begibt sich dieses Jahr zum ersten Mal in den Studierendenstatus, um sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dieser Schonstatus von bis zu sechs Jahren Vollzeit muss nicht am Stück genommen werden, sondern kann sich über das ganze Leben verteilen und auch in Teilzeit genommen werden. Flo's Kommilitonin Max hat sich nach drei Jahren Vollzeit im Beruf erneut für eine bewusste Bildungszeit entschieden. Dieses Mal in Teilzeit. In der gruppenbasierten Projektarbeit profitiert das ganze Team von Max' Erfahrungen und Kontakten. Beispielsweise ist eine Kooperation für ein Studienprojekt mit Unternehmen in Planung. Neben den Räumlichkeiten von Max' Firma kann die Projektgruppe auch am Campus Arbeitsräume nutzen. Zeitstolz dazu lassen sich unkompliziert online buchen. Oft klappt das auch noch am Vorabend bequem aus dem Bett heraus. In der ehemaligen Bibliothek kann das Projektteam auch hochwertiges Equipment ausleihen. Schließlich wäre es unnötig, wenn sich alle die technische Ausstattung kaufen müssten, um die eigenen vier Wände in Aufnahmestudios zu verwandeln. Neben den ausleihbaren Gerätschaften finden Max und Flo am Campus auch Erholungen in den offenen Grünanlagen oder im Café-Lounge-ähnlichen Uni-Hangout, wo man sich gerne trifft. Hier werden schon ohne Druck die besten Projektideen ausgeheckt. Die einladende Umgebung und das soziale Miteinander schafft einen weiteren Anreiz, den Campus aufzusuchen. Theoretisch könnten Max und Flo auch einfach von unterwegs oder von zu Hause aus studieren. Hauptsache, sie haben Internet und ein passendes Endgerät zur Verfügung. Für Sam ist das beispielsweise eine große Erleichterung. Neben dem zeitlich flexiblen, asynchronen Studium kann Sam sich wunderbar den Tag mit seinen zwei Kindern einteilen und unterstützt Max und Flo in der Gruppenarbeit vor allem mit seinem technischen Know-how aus der Distanz. Im selbstgesteuerten Lernprozess hat sich Sam seit drei Jahren intensiv in die Theorie und Praxis des Codings eingearbeitet und möchte die aktuell laufende Projektarbeit als Start-up-Idee weiterführen. Der formelle Abschluss ist dabei erstmal zweitrangig. Flo ist begeistert davon, dass nicht jede Person alles können muss, sondern Einsatz und gute Kooperation die wichtigsten Bewertungskriterien sind. Seit die formelle Bildung sich an einer Stärkenorientierung ausgerichtet hat, fühlt sich Flo viel selbstbewusster. Jedes Mitglied der Gesellschaft ist anders und kann die eigenen Kompetenzen einbringen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Peer-Learning-Programm an der Uni. Alle Studierenden entwickeln im Studienstatus mindestens ein Weiterbildungsangebot für andere. Flo dachte zuerst, dass es gar nichts gibt, was für andere von Interesse sein könnte. Doch das Coaching-Angebot, das allen Studierenden zur Verfügung steht, hat Flo geholfen, eigene Stärken zu identifizieren. Und siehe da, mittlerweile hat Flo zahlreiche Ideen, wovon andere profitieren könnten. Dieses Jahr wird Flo Yogastunden anbieten und die Personalerin, der sie dies kommunizierte, war begeistert und hat sich direkt mit angemeldet. Flo freut sich darauf, auf diese Weise auch mit anderen Universitätsangehörigen in Kontakt zu treten. Langsam macht sich in Flo das Gefühl breit, das ist meine Uni, hier darf ich wachsen, hier werde ich gefördert. Das ist ein hervorragender Ort für bewusste Reflexionszeit und für neue Erfahrungen. In transdisziplinären Seminaren wird über ein Jahr hinweg mit verschiedenen Statusgruppen eine praktische Problemstellung versucht zu lösen. Es kann dabei auch an Lösungsideen einer Projektgruppe aus dem vorherigen Jahr weitergearbeitet werden. Diese Projektarbeit findet Flo besonders bereichernd als gemeinschaftsbildende Prozesse, die Flos Verständnis von demokratischer Debattenkultur und Konsensfindung erweitert haben. Umliegende Vereine und lokale Unternehmen schwärmen sehr von der offenen Universität, deren Präsenz auch über den Campus hinaus stark wahrnehmbar ist. Neben der allen zugänglichen Bibliothek locken auch zahlreiche Austauschformate unterschiedliche Personen, die aktuell nicht studieren, an die Uni. Neue Kooperationsprojekte entstehen durch wechselseitige Impulse und zielen auf eine Übertragbarkeit in die Praxis ab. Auch theoretische Forschungserkenntnisse werden über zielgruppengerechte Wissenschaftskommunikation medial aufbereitet. Dadurch wiederum konnten Bürgerinnen auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben für das Eintreten in einen Studienstatus begeistert werden. Welcher Abschluss angestrebt wird, in welcher Fachrichtung, kann sich auch erst nach einigen gemachten Erfahrungen ergeben. Und oft heißt es beim Verlassen der Uni ja auch, auf Wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020